Was ist das? Wie konntest du meine Barrieren überwinden? Ich schätze, ich hatte Glück. Du hast die Zauberer aus ihrer Folterzange befreit. Ein cleverer Schachzug von dir. Das muss ich dir lassen. Doch leider wird euch das nichts mehr nützen. Ich bin bereit für meine Manifestation. Du kommst gerade recht, um einer Fleischwerdung beizuwohnen, kleiner Mensch. Das wollen wir doch lieber lassen. Immer noch Widerstand? Pah, ihr kleinen Menschen wisst gar nicht, was euch erwartet. Es wird eine Befreiung sein. Die Befreiung von eurer mickrigen Existenz. Durch mich werden alle Menschen zu etwas Größerem, etwas Mächtigerem. Mein Werk! Mein Reich! Schluss damit. Ich mach deinen kleinen Laden hier jetzt zu. Du kleiner Wicht wirst nun lernen, was Demut ist. Wo sollst du hier? Geh, 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 geh. Geh, geh, geh. 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 Geh, 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 geh. Geh, geh, geh. Geh, geh, geh. Geh, geh, geh. Geh, 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 geh. Geh, geh, geh. Geh, geh, geh. Geh, 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 geh. Geh, geh, geh. Geh, geh, geh. Geh, geh, geh. Geh, 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 geh. 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 Geh, geh, geh.